Wenn ich mir erlauben darf, Milords Beinkleider... Banter? Ich dachte vielleicht die Gestreiften. Also manchmal, Banter, wünsche ich mir wirklich die Zeiten der guten Königin Viktoria zurück. Wie bitte, Milord? Ja, da durfte man Hosen gar nicht erwähnen, Banter. Sie hießen sogar die Unaussprechlichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020